so leute ich bin es wieder heute möchte ich euch zeigen wie man streichholz mit bloßen händen anzündet ohne irgendwelche hilfsmittel so noch mal jetzt könnt ihr sehen an den händen habe ich nichts hier genauso wie hier so noch mal das ganze hier ist streichholz ja leute wenn ihr die lösung wissen wollt schreibt mir in kommentaren like mein video abonniert meinen kanal wenn ich genug abonnenten habe es werden immer mehr interessante videos rauskommen und ja zu dieser lösung wenn da genug anfragen kommen mache ich ein video wie ich das gemacht habe ansonsten machts gut